In meinem Leben habe ich mit dem Regen gerungen, mit dem Wind gekämpft und den Sturm gespürt. Ohne jemals anzuhalten, habe ich Wüsten durchquert, Ozeane durchkreuzt, Gletscher erforscht. Und was ich gelernt habe, ist, dass nichts unmöglich ist. Meine Ideen, Ihre Ideen, unsere Ideen können die Welt verändern. Und ich sage Ihnen noch etwas, es sind Ihre Ideen, die mich besser gemacht haben. Die Wahrheit ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und es nur dann eine echte Weiterentwicklung gibt, wenn die Vorteile einer neuen Technologie allen zugute kommen. Jeden Tag, überall auf der Welt, schütze ich Ihre Arbeit, verteidige ich Ihre Zukunft, hüte ich Ihren Schatz. Wenn der Wind das Getreide bewegt, wenn Wasser die Straßen überflutet, wenn der Schnee die Bäume bedeckt, dann bin ich da. Always around you. Manche nennen mich Abdeckung, manche nennen mich Schutz, andere nennen mich Protektion. Aber bitte nennen Sie mich nicht Plane. Mein Name ist Kramarro. 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 Always around. Always around.